Das Hypnose-Interview, heute zu Gast bei mir die Hypnotisierin Melanie Lauer. Ich freue mich ganz riesig, dass du dabei bist, denn wir kennen uns ja schon einige Jahre. Hallo Melanie. Hallo Herbert. Willst du dich vielleicht mal in einer Kürze vorstellen? Gerne. Also mein Name ist Melanie Lauer. Ich bin aus Burghausen, aus Oberbayern. Ich bin 38, habe zwei Kinder, bin gelernte Krankenschwester und Hypnose-Therapeutin und Rückführungsbegleiterin. Ja, sehr schön. Was hat dich eigentlich zu dem Thema Hypnose geführt? Denn Hypnose ist ja etwas ganz Außergewöhnliches, mit Mythen behaftet, mit Vorurteilen behaftet. Was hat dich dazu bewegt, Hypnose zu lernen oder Hypnose anzuwenden bei dir? Bei mir war das so, dass es, als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich ganz viel Wut in mir gehabt und habe gemerkt, irgendwas will da raus. Und konnte mir selber aber nicht helfen und kam dann auf die Idee, ich glaube, ich mache mal eine Hypnose. Weil, ja, es war einfach auch die Neugierde, was steckt dahinter. Und bin dann zu einem Hypnose gegangen und das hat mir in vielen Bereichen die Augen geöffnet. Und dann bin ich nochmal hingegangen und nochmal und irgendwann habe ich mir gedacht, ich würde das gerne selber lernen, dass ich auch nicht immer irgendwo hingehen muss. Erstens, dass ich mir selber besser helfen kann und dass ich auch anderen gut helfen kann. Und dann habe ich mir entschlossen, dass ich die Ausbildung mache, genau. Sehr gut. Was waren denn so deine Erfahrungen mit der Hypnose, zum Beispiel in der Zeit, wo du schwanger warst oder vielleicht auch danach? Hast du danach auch nochmal eine Hypnose gebraucht für dich selber? Also ich habe das in der Zeit gemacht, nach der Geburt, das erste Mal. Also in der Schwangerschaft habe ich es gar nicht gemacht. Die Erfahrung war, dass dadurch sehr viel, was ich in meiner Kindheit unterdrückt habe, mir aber schon bewusst war, nochmal ans Licht kommen durfte und ich das tatsächlich dadurch heilen konnte in mir. Also es war wirklich ein sehr, 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 sehr großer Schritt oder sehr große, wie soll ich sagen, eine sehr große Sache, die da in mir passiert ist. Und natürlich dann auch mit meinem Umfeld, dadurch, dass ich mich so stark verändert habe ins Positive. Genau, weil du dich verändert hast, verändert sich auch dein Umfeld. Genau. Richtig. War so in der Zeit, wo du hast du, oder in der Selbstständigkeit, wo du gehst oder gegangen bist, hast du da Hypnose als Coaching für dich selbst auch hergenommen? Ja, ich habe tatsächlich das Hypnobirthing gemacht und habe mich bei der zweiten Schwangerschaft jeden Abend sozusagen selbst hypnotisiert, habe mir meinen eigenen Text geschrieben, meine eigenen Suggestionen und habe dadurch eine absolut schmerzfreie und wundervolle Geburtsphase erlebt. Und dann war ich selbst überrascht. Ja, das war klasse. Sehr schön. Das sind ja tolle Erfahrungen, die du da gemacht hast. Ja. Ja, und so ist ja, viele Leute würde Hypnose ja helfen, sehr stark helfen, aber Hypnose ist mit vielen Mythen behaftet, mit Vorurteilen behaftet, Ängsten. Wie hast du Hypnose erlebt? Beziehungsweise wie würdest du Hypnose beschreiben? Also ich habe Hypnose immer als sehr aufregend und spannend erlebt und wie würde ich es beschreiben? Für mich ist Hypnose ein optimales Werkzeug, um mir selbst zu helfen, um an mein Unterbewusstsein ranzukommen, um Dinge dann einfach selbst umzukreieren, die für mich nicht mehr stimmig sind. Und wenn man mal dahinter kommt, warum verhalte ich mich zum Beispiel immer so und so, dann versteht man sein eigenes Muster und dann kann man sagen, so, und jetzt mag ich es ändern. Ich hätte es gern so und so. Also für mich ist das ein super Werkzeug, um einfach mit sich selber zu arbeiten und dadurch sein eigenes neues Leben zu kreieren. Genau. Es ist ja auch relativ schnell. Also zumindest meine Erfahrungen sind die, dass es relativ schnell und relativ einfach geht, im Verhältnis zu anderen Methoden, die es gibt, Menschen zu helfen. Definitiv. Ja, du hast ja viele Ausbildungen schon gemacht in der Hypnose und sogar eine als Rückführungsbegleiterin, wo ich mich noch daran erinnern kann. Was war so der Grund eigentlich dafür? War das der Grund durch die Geburt, durch das eigene Erleben? Für die Rückführungsbegleitung? Ja, für die Hypnose oder Rückführungsbegleitung, ja. Genau. Das Ausschlaggebende war bei mir die erste Geburt, weil da sehr viele alte Traumata in mir hochkamen. Und ich habe dann aber auch gemerkt, ich habe mich lange mit dem Buddhismus auch beschäftigt und habe, für mich war das schon immer klar, es gibt frühere Inkarnationen und irgendwie hat es dann Klick gemacht bei mir. Und mir war klar, wenn ich das alles weiß, was ich früher so erlebt habe, ich bin ja ein Produkt aus meiner Vergangenheit und nicht nur in diesem Leben, dann ist das auch nochmal ein guter Schritt in Richtung Heilung. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, bei mir selbst mal in einer Rückführung auszuprobieren. Ich habe mich dann belesen, da habe ich ja bei dir noch gar nicht die Ausbildung gemacht und habe dann festgestellt, Wahnsinn, das funktioniert wirklich. Und dann habe ich beschlossen, jetzt möchte ich es professionell lernen, ich möchte es an andere weitergeben, ich möchte mich da weiterbilden, ich möchte da ins Detail gehen, möchte mich da vervollständigen. Hast du so in den Schulungen etwas Besonderes, Eigenartiges, Außergewöhnliches erlebt? Ja, an eine Sache kann ich mich erinnern, die war für mich so faszinierend, weil natürlich, bevor man das probiert, zweifelt ja irgendein Teil in einem immer noch manchmal so, ist das wirklich so, funktioniert das auch bei mir? Und du hast mich damals zu einem stählernen Metallträger verwandelt. Und da waren nur zwei Personen, die mich einmal an den Fersen, einmal im Genick gehalten haben. Und ich war komplett starr und steif. Und ich habe mich aber so leicht gefühlt wie eine Feder. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie Wackelpudding, wie Gummi, wie Luft. Das war so irre, dieses Erlebnis. Und da, das war ein ganz großer Aha-Effekt in mir, wo mir klar wurde, meine Gedanken steuern alles in mir. Also auch meine ganze körperliche Reaktion, alles einfach. Das war sehr, sehr prägnant. Da denke ich heute immer noch dran, sehr oft. Genau, das war die katharäptische Brücke. Ja, genau. Sie auslösen durch Suggestion und durch Vorstellungsübungen. Da muss man natürlich wissen, wie man das genau macht. Aber wenn man das lernt, geht das sehr schnell. Und man kann so einen Aha-Effekt bei den Leuten auslösen. Viele, die an die Hypnose nicht glauben, kann man so das erste, die Blitzhypnose nach hinten ziehen. Du kennst ja das Gefühl. Ja. Wenn man sich nach hinten zieht, ohne dass dich jemand berührt, zeigt die Leute, er hat also ein Energiefeld da. Da kannst du dir über die Energie später noch was erzählen. Über deine Energiearbeit, was ich jetzt im Kopf habe. Was du beginnst zu machen oder schon machst. Da tust du dann später vielleicht noch was dazu erzählen, damit wir auch so mitteilhaben können an dem, was du noch vor dir hast. Ja. Vielleicht willst du etwas Werbung machen für dich jetzt in der Zeit. In der Kürze kannst du ein bisschen Werbung machen, was du vorhast, was du so planst und so weiter. Das wäre so das Interessante. Vielleicht auch das mit der Energiearbeit kannst du auch gleich mit reinbauen. Ja. Also ich habe ja dann noch eine zweite Hypnose gemacht bei dir, wie du dich wahrscheinlich erinnern kannst, wo es um das Thema Berufung ging, weil ich einfach immer noch so ein bisschen im Zweifel war, ist das, was ich vorhabe, wirklich auch das, was ich machen soll, was meine Berufung ist. Und dadurch hat es wirklich auch Klick gemacht. Da war der letzte Zweifler dann weg. Und das ist jetzt ganz, ganz fest einfach in mir dieses Wissen, ja, das bin ich und das mache ich. Und dadurch habe ich mich ja dann so entschlossen, meinen Beruf als Krankenschwester komplett aufzugeben und mich komplett dem Rückführungsthema und der energetischen Arbeit zu widmen. Also das ist jetzt das, was ich vorhabe, das auszubauen für jeden zugänglich. Bis jetzt habe ich viel im Bekannten- und Verwandtenkreis gearbeitet und jetzt möchte ich es einfach öffentlich machen für alle oder zugänglich für alle. Das bedeutet, also ich nenne es Systemlesen. Wenn jetzt jemand eine Einzelsitzung bei mir hat, dann funktioniert es so, dass ich mich mit seinem Energiesystem verbinde, von demjenigen Menschen, der da ist, und kann da sehr viel abrufen, sehr viel ablesen, sei es auf körperlicher Ebene Blockaden oder auch emotionale Blockaden, dann die Glaubenssätze, die damit zusammenhängen oder die daran gekoppelt sind. Und die wiederum bastieren ja auf früheren Inkarnationen, Erlebnisse, die wir immer wieder hatten, Erfahrungen, führen ja irgendwann zu positiven und negativen Glaubenssätzen. Und das formt uns ja und das macht im schlimmsten Fall auch irgendwann körperliche Symptome, wenn wir den Glaubenssätzen, wenn uns das nicht bewusst ist, dass wir negative Glaubenssätze in uns haben. Und das kann man auf energetischer Ebene alles lesen und kann dann verstehen, also derjenige, der da ist, versteht dann, ah okay, jetzt weiß ich, warum ich so und so bin und so und so denke und so und so handel. Jetzt weiß ich, was der Hintergrund ist. Jetzt kann das, wenn das in den Verstand kommt und man das versteht, das ist immer so der erste Schritt zur Heilung. Und dann kann man sagen, gut, und jetzt bauen wir da eine gute Hypnose auf, um einfach die Glaubenssätze umzuprogrammieren oder sich selbst umzuschreiben. Also das ist, erst kommt die energetische Arbeit und dann kommt die Arbeit als Hypnose-Therapeutin. Genau, das ist ja eine gute Kombination, das Ganze. Also auch Hypnose kann man gut kombinieren mit anderen Dingen, zum Beispiel mit anderen Heilmethoden oder Erkenntnismethoden mit dem Jägercode und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann oder auf der energetischen Ebene, wie du uns gerade erzählt hast. Ja, vielleicht, wie kann man dich erreichen? Hast du eine Homepage und wo behandelst du? Machst du das auch online? Machst du das nur in der Praxis, zu Hause oder wo auch immer? Also ich mache das tatsächlich nur in echt, nicht übers Internet, weil das einfach mit der energetischen Arbeit nicht gut über die Ferne funktioniert. Also das ist meine Meinung. Das bedeutet, ich arbeite in Burghausen. Ich habe da die Möglichkeit, mir einen Raum anzumieten dafür. Und ich fahre aber auch zu den Leuten nach Hause, wenn es nicht zu weit weg ist. Also ich sage jetzt mal, halbe Stunde Fahrtzeit einfach. Die Strecke nehme ich auf mich. Und ja, das liegt dann bei demjenigen selbst, ob er zu mir nach Burghausen kommt oder ob ich hinfahre. Und die, die weiter weg wohnen, müssen ohnehin herfahren. Genau. Wie man mich erreichen kann. Am besten, also mir persönlich, ich habe natürlich eine Homepage und auch ein E-Mail-Postfach. Auch mir persönlich ist es aber lieber über das Telefon, über WhatsApp, über Telegram. Genau. Genau. Deine Kontaktdaten kann ich ja gerne weitergeben, beziehungsweise ich werde sie auch dann einblenden und in der Videobeschreibung, die ist dann da unten, oder auch oben werde ich einen Link hinsetzen. Dann können die gleich deine WhatsApp-Nachricht oder deine E-Mail-Nachricht, WhatsApp oder E-Mail nutzen, um dich zu erreichen, dich zu kontaktieren und einen Termin auszuwachen. Man kann ja auch in Burghausen schönen Urlaub machen. Wenn jemand das wert ist, dass es ihm gut geht, dass er Blockaden löst, kann er ja nach Burghausen gehen. Ist ja, glaube ich, auch eine Ritterburg in Burghausen, ist das so? Die längste Burg der Welt sogar. Sehr gut. Genau. Gibt es auch tolle Sehenswürdigkeiten? Ja, ja. Also es gibt natürlich die Burg, es gibt die wunderschöne Altstadt, es gibt dann auf der anderen Seite den Wörsee, Naturschutzgebiet, und sehr viele Möglichkeiten auch zu übernachten. Und die Salza fließt direkt in der Nähe. Also eine super Kombination aus Kultur und Natur. Genau. Also Kurzurlaub ist das wert. Ist sogar manchmal sehr gut, wenn man nicht zu Hause ist, sondern etwas weiter weg geht. Denn dann ist man in dem Moment von seinen Blockaden, von seinen Gedanken, von seinen Problemen etwas weiter weg, etwas entfernt. Da kann man vielleicht sogar viel besser arbeiten. Das wäre vielleicht für manche ein Grund, dass sie nach Burghausen kommen und dort in der schönen Stadt Urlaub machen. Gute Idee. Ja, das war jetzt sehr interessant, was du so uns erzählt hast. Vielleicht machen wir nochmal ein Interview in einem halben Jahr, wie es dir dann geht, oder in einem Jahr. Ja, sehr gerne. Da kannst du dann erzählen, was deine Erfahrungen sind, wie es dir geht, wo du jetzt ganz genau bist. Vielleicht mal wieder ein paar Fotos und so weiter machen. Das können wir gerne im Auge behalten, dass wir in einem halben Jahr, Jahr nochmal ein Interview machen, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Ja, das war auch für mich sehr interessant. Es freut mich ganz besonders, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche dir alles Gute zu dem Start in das Neue hinein, da du ja das mit der Krankenschwester aufgegeben hast und dich jetzt neu orientieren willst, rein auf dem Gebiet arbeiten willst und deinen Lebensunterhalt bestreiten willst damit. Und gut leben willst. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Danke. Und ich finde, du sollst dir und deinem System, deiner Arbeit treu bleiben, weiterzumachen und einfach auch den Menschen helfen. Dann will ich mich von dir ababschieden. Servus Melanie, bis zum nächsten Mal. Servus Herbert. Ja, dass Hypnose-Interviews und so etwas Ähnliches werden wie der Rote Stuhl. Ich hoffe, dass dir dieses Interview sehr gefallen hat. Das war das Erste in der Reihe, wo immer mehr kommen werden. Nicht nur prominente Leute wie beim Roten Stuhl, sondern auch Leute wie du und ich. Leute, die Hypnotiseure sind, Rückführungsbegleiter oder auch Klienten. Wenn du dich vorstellen willst bei mir, wenn du etwas Interessantes zu berichten hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht. Dann können wir gerne ein Interview, so wie dieses hier, starten. Und du kannst dich bekannt machen. Du kannst etwas von dir erzählen. Die Leute werden auch dich aufmerksam. Aber jetzt will ich auch etwas zu mir selber sagen. Du kannst Hypnose bei mir lernen, Rückführungsbegleiter bei mir lernen. Oder auch den neuen Jäger-Code. Da gibt es ein neues Programm. Du kannst es entweder in einer Einzelschulung lernen. Also da kommst du nach Berchtesgaden zum Beispiel, lernst es bei mir einzeln. Du kannst zwei Leute mitbringen, beziehungsweise du und doch jemanden. Also in einer ganz, ganz, ganz kleinen, engen Gruppe. Da lernt man am besten. Oder du machst einfach einen Online-Kurs. Da kannst du das so lernen, wie du das willst. Du brauchst kein Hotel buchen und so weiter. Sondern du kannst es zu Hause machen. Einzig, was du brauchst, ist einen Probanden, mit dem du üben kannst. Ansonsten ist alles da. Ein Videokurs mit Unterlagen und so weiter. Und natürlich auch, ganz wichtig, ein Zertifikat und eine Prüfung dazu. Die Prüfung ist natürlich nicht schwer. Aber du sollst natürlich das Wissen haben, damit du auch anständig und gewissenhaft mit Leuten arbeiten kannst und ihnen mit Hypnose oder Rückführung helfen und sie unterstützen kannst. Ja, es hat mich gefreut. Bleib dran, denn es wird immer mehr und mehr Neues geben. Unter anderem auch den Jäger-Code. Da gibt es jetzt die moderne Version, wie das Ganze funktioniert. Schrei einfach in meinen YouTube-Kanal rein, damit du alles immer neu, etwas neu erfährst. Damit du nichts verpasst. Ab und da lassen. Glocke drücken, das ist immer ganz wichtig. Und natürlich ein Kommentar, da freue ich mich drüber. Und so wünsche ich dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und viel Erfolg. Bleib dran, dein Herbert. Und das ist immer ganz wichtig. Vielen Dank.